Hallöchen liebe Freunde herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt, liebe Freunde. Ich, äh, verdammt. Ich brauche nur den neuen Mikrofonarm, ich sehe schon. Ja, beim letzten Mal haben wir das Autohaus gekauft, haben die Mission für die Cherry Popper Ice Cream Factory gemacht. Und wir müssen noch ins Café Rubina, weil, äh, naja, ihr wisst ja, da hat uns jemand angerufen, der findet es irgendwie cool, dass wir sein Kumpel umgelegt haben, denkt, dass wir dadurch große Eier haben und, äh, ja, jetzt sollen wir vorstellig werden und mal, mal sagen. Alter, was ist denn heute hier mit dem Mikrofonarm los? Ja, das ist meine erste Aufnahme, bin mir jetzt gar nicht sicher, ist das meine erste Aufnahme im neuen Jahr? Ich glaube schon. Ich fürchte, ja. Jetzt wird es willkommen im Jahr 2021, wenn dieser Part rauskommt, ist wahrscheinlich schon längst Februar oder März, aber hey. Wir sparen aber weiterhin Geld, weil wir wollen uns ja auch noch die anderen Immobilien kaufen und, äh, dafür machen wir jetzt immer so bei unseren ganzen Objekten die Kollekte hier. Oh. Okay. Oder leg Geld. Ich habe ja gesagt, Geld sparen. Ganz wichtig. Oh. Ja, das sind meine Leibwächter hier, die aus irgendwelchen Gründen einen Haitaner erschießen. Ups. Bin immer so gewohnt, noch auf, auf Shift zu drücken, weil ich gerade sehr viel Red Dead spiele und, äh, da, ja, da muss man ja, wenn man ein Pferd beschleunigen will, sobald man drauf gesessen hat, Shift drücken. Ich war beim letzten Mal auch ein bisschen fleißig zwischen, also zwischen der Aufnahme und habe ein bisschen, ähm, nochmal Autos hier collectet, weil, äh, ich will ja mit dem, mit dem Autohaus auch schnell durchkommen. Man kann hier, äh, das relativ schnell quasi, äh, steigern, das Einkommen, also man kriegt mehrere von diesen Listen, nicht nur eine. Und Idaho Landstalker und Blister Compact sollte ich jetzt haben. Genau, ich, das ist schon mal der Landstalker. Man kann hier übrigens in jede Garage nochmal zwei Autos reinstellen, was ich ziemlich cool finde, also das Autohaus ist definitiv eine Investition. Wenn man sich Autos speichern möchte, lohnt die sich. So. Kriegen auch immer ein bisschen Geld. Äh, äh, nee. Da ist der Blister. Dann fehlt uns der Idaho noch. Aber der wird uns 1000 Pro noch über den Weg fahren, also macht euch da keine Gedanken. Ich kenne ja alle Autos in GTY City. Ich sehe, ich sehe sofort, wenn uns so ein Ding über den Weg fährt. So, auf dich ist Verlass. Wenn du alle auf der Liste stehen, abgeliefert hast, kriegst du einen Bonus. Ja, Idaho fehlt noch. Ist aber nicht schlimm. Achso, schön, dass unser Sentinel hier jetzt despawned ist. Finde ich ganz toll. Ah, aber hier ist ja noch einer. Ist zwar ein normaler, nicht der Sentinel-X-S. Ja, ich habe mir wieder überlegt, so ein bisschen Mix heute zu machen. Also ich würde sagen, wir machen jetzt mal diese Telefonmission. Da müssen wir auf den Flughafen. Da kommen dann, glaube ich, noch ein oder zwei. Und dann kaufen wir die nächste Immobilie, würde ich sagen. Warum nicht? Ich habe schon die Augen offen. Und schon ganz, ganz hüppelig. Aber hier fährt, ne, hier fährt man keiner rum. Das finde ich jetzt uncool. Wollte eigentlich das Ganze ohne Fahndungslevel haben. Aber im Heimann kann man nichts machen. Hier steht auf diesem Parkplatz ein Idaho. Hier steht ein Scheiß. Gut, den Stern sind wir wieder los. Dann nutzen wir das gleich. Oh, Entschuldigung. Ja, wir müssen natürlich jetzt, wenn wir das Terminal betreten, müssen wir all unsere Waffen abgeben. Das heißt also, egal welche Mission wir im Terminal bekommen, derjenige wird totgeprügelt. Oder habe ich noch irgendwas? Nee, alles ist draußen. Trouble am Check-In. Time to fry bigger fish, Mr. Thiel. That's the rifle and the foliage to your right. Watch the woman standing on the balcony above the Jack-In-Def. She will walk through the cloud and ask someone the time. You must kill that person. Retrieve the case and take it to the location taped under the phone. Also es wird Zeit für dickere Brocken. Ja, wie auch immer man hier ein Präzisionsgewehr reingekriegt hat. Das war, weil die Frau auf der Empore im Auge. Sie wird die Rolltreppe hinuntergehen und mit jemandem sprechen. Schalt die Zielperson aus, nachdem die Frau mit ihr gesprochen hat. Die Zielperson ausgeschaltet ist. Nimm ihn in den Aktenkoffer und bring ihn zum Ammonation in Downtown. Sie wird durch die Menge gehen und mit jemandem sprechen. Nicht an einen Anschlag geraten, sonst zieht ich die Zielperson. Ja, gut. Da, jetzt ganz entspannt hier. So nah rangehen, bis es die Distanz nicht mehr zulässt. Ja. Also ich möchte nochmal die Missionsbeschreibung hier zitieren. Die Frau wird durch die Menge gehen. Also durch die Menge. Ja. Und mit der Zielperson sprechen. Also da hinten steht ein Typ. Und da kommt diese Frau. Und dazwischen ist niemand. Also, ja. Naja, das ist Corona, ne? Also da darf man keine größere Menge bilden. Das war schon in den 80ern so. So. So, einmal. Und jetzt müssen wir hier irgendwie entkommen. Ja, das finde ich gut. Dankeschön. Ich würde mal tippen, nicht in die Army Base. Deswegen fahre ich mal aus diesem Rondell hier wieder raus. Oh Gott. Oh Gott. Ah, nein, bitte nicht. Oh Gott. Ich glaube, wir wurden erwartet. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier lebendig wieder rauskommen aus der Nummer. So, hier sind... Oh Gott. So, ich nehme das Ding hier. Und dann liegt sie weg hier. Wir haben nur zwei Sterne. Das bedeutet, äh... Mann, ne, da ist noch so ein typisches... Ich versuche zum Dings zu kommen. Zum Pain Spray, damit wir... Die Bullen zumindest schon mal los sind. What the fuck? Wo ist denn der Bulle jetzt hergekommen? Wir haben kein Zeit Limit, ja? Also... Warten wir erst mal, dass wir die Sterne los sind. Wäre ich ganz gut, wenn wir jetzt einen Panzer hätten. Ja, danke für gar nichts, Arschloch. So, Cops sind wir los. Also alles gut. Werden wir verfolgt? Nein, gerade nicht. Huh, das war knapp. Oh, da war ein Idaho. Scheiße, aber ich bin gerade in der Mission, da will ich es jetzt nicht riskieren. Es waren hier lauter Idahos rum. Das Spiel zeigt mir den richtig dicken Mittelfinger ins Gesicht. Alle jetzt sind da überall Idahos. Fuck. Den nächsten nehme ich mir jetzt. Ist mir scheißegal. So, da. Hoffentlich behalte ich den nach der Mission. Ist mir egal. So. Wir können mal wave drin lassen, eigentlich. Müssen wir denn überhaupt hin? Ach. Emulation. Ah, perfekt für behalten, das Auto. 8000 Dollar. Schön. Das hat sich rentiert, finde ich. Das ist gar nicht mal so langsam. Ich hatte die Karre vor Lahm in Erinnerung. Oh. Alter, das Geräusche. Oh, pfft. So, was machen wir denn danach? Danach holen wir uns erstmal eine Rüstung, würde ich sagen. Wobei, ich glaube, in diesem einen, äh, Café da vorne, hier in der Ecke, da müsste eine Rüstung eigentlich liegen, glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ach, macht nix für Fun. Schnell zu, weißt ja, die Estate, das ist ja kein Umweg. Bizarre Dinge eröffnen sich mir. So. Oh. Ein Anruf. So, du hast alle geordneten Karren gefunden, äh, geordneten Karren geliefert. Hier für dich. So, das ist, liebe Freunde, der Deluxo. Es gibt ihn nicht erst seit GTA. Online. Das heißt, es gibt ihn schon in Vice City. So, Sunshine Autos generiert nun Einkünfte bis zu 1500. Hol dir das Geld regelmäßig ab. So, der, der einzige Unterschied ist nur, dass der Deluxo hier noch nicht fliegen kann. Aber naja, wir sind ja auch in den 80ern. Aber wir nehmen ihn uns gleich natürlich schon mal. So, und dann, äh, würde ich sagen, Unser, unsere, unsere Zeit, ach, unser Zeitlimit erlaubt es uns. Deswegen werden wir die nächste Immobilie käuflich erwerben. Ich überlege gerade, welche das sein wird. Aber ich glaube, ich werde Sunshine, äh, Sunshine Autos, hehehehe. Äh, ich werde Kaufmann Taxis kaufen. Hat auch so ein paar kleine Missionchen. Bis man da, äh, Bis man da Schutzgeld draus kriegt. Jetzt keine von den, von den Immobilien, die man braucht, um das Spiel, äh, abzuschließen quasi. Aber, ich will sie alle haben. Ihr wisst ja. So, 40.000, Kaufmann Taxis. Ich glaube, du bist der neue Chef. Was bist du? Mob? Kartell? Du bist nicht Mexikanisch. Anyhow, ich glaube, du besser mit den, die Dinge werden, die hier verändern. Vielleicht, du hast einen von den Autos. Geh steh auf Ted, da. Er hat nur seine Hörniveau. Well, ja, Dinge werden, die hier verändern. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management needs... Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Bersetti. Tommy Bersetti. Our new management, the Bersetti Gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche? Did you like the Capiche? I like the Capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them. Etc, etc. You got it? Uh, yeah. I guess. Just grab a taxi from the garage, and you feel like jumping in. You want to feel the real bang, man? So, here can we go to the Genitron. What's that? Pogo the Monkey. Also, ihr seht, man kann zwar leider nicht damit interagieren. Das kommt ja dann erst in den späteren GTAs, dass man mit Getränkeautomaten und Spielautomaten interagieren kann. Aber witzig, dass es die damals schon gab. So, dann schab mal gleich die erste Mission, würde ich sagen. Fuck, dann war gar nicht lang. Okay, we got a high class fair and he's pick it up from Starfish Island. Any takers? Tommy here, I'll take it. VIP, oh. Der lahm Karre. Okay, we have a beautiful record for you to get in touch with yourself. I just died in your arms tonight. Must have been something to say, huh? I just died in your arms tonight. So, VIP, dann komm mal her. So, schaltet den anderen Wagen aus. Wir tun alles für unsere Fahrgäste. So, bringe die VIP zum Flughafen. Ja, die Konkurrenz im Taxi-Business, die ist so hart, da muss man sogar aufeinander schießen, ja. Also, aber der andere war ja echt dreist. Also, der ist auf dem Gehweg gefahren und alles. Also, ich finde, das ist alles ganz faires Vorgehen. Legit Business nennt sich das, ja. This is America. Ist er noch hinter uns eigentlich? Nee. Hat schon aufgegeben, der Boy. Okay. Okay. So, da wären wir schon. Aha, die Fuhre geht an uns. Ja, da musst du jetzt ein bisschen was blechen dafür, dass wir ihn da erst beschossen haben und dann in unser Auto quasi rübergezerrt haben. So, jetzt würde ich sagen, einmal kurz West City Estate, Kohle abholen, Rüstung auffrischern und dann nächste Kaufmann-Mission. Kaufmann-Cabs. Das wird nicht nur beim Taxifahren bleiben, Freunde. Es ist nicht Mafia. Wo man in den ersten Missionen nur Taxifahrten macht. Weil ich gehört habe, dass sie es in der Remastered-Version verbessert haben. Aber hey, welches Mafia besser ist, ob das Originale oder das Remaster, das könnt ihr ja sogar entscheiden, liebe Freunde. Weil ich habe nämlich das Originale Mafia gespielt. Ich stehe ja so für das alte Traditionelle auf diesem Kanal. Ich bin auch richtig alt schon. Und Sven hat die Remastered-Version gespielt von Mafia. Und schaut euch doch gerne beide mal an. Das ist alles auf unserem Kanal. Und entscheidet selber. Macht euch selbst ein Bild. Bin ich eh mal ein großer Fan davon, wenn ich zu den Leuten sagen kann, Mensch, ich muss gar nicht die Entscheidung für dich treffen. Ich kann nur meine Meinung sagen. Mehr kann ich nicht. Aber Entscheidung muss, das musst du selber treffen. So. Rüstung. Und ja, M4 ist das. M4 finde ich gut. Finde ich gut. So, was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt... Die Zeit sagt noch genug Zeit. Das bedeutet, wir nehmen uns jetzt unser nicht ganz so formidables Taxi hier. Hoppala. Jesus Christ. Ach. Wir sind schon wieder hier. So, Emotion. Emotion. Dann geht die Sonne endlich runter. So. Wir machen mal wieder ein bisschen Fleisch rein. Komm schon. Wir haben noch gar nicht geguckt, was wir jetzt für neue Autos fürs Autohaus machen müssen. Aber das machen wir immer so by the way ein bisschen. Wenn wir gerade Lust haben, dann zocken wir uns ein paar Autos. Wir haben gerade auf mich geschossen, die Arschgeigen. So, Kaufmann, Taxi. Aha, hier ist die VIP. Willst du nochmal mit mir fahren, oder was? Komm, wir speichern nochmal kurz. So. Oh, Entschuldigung, Kumpel. Ich schade drei Taxis der Konkurrenz aus. Sie haben einfach zu viele Autos. Ja, dann kaufen wir halt noch ein paar mehr. Ich meine, Geld habe ich ja genug. Und so ein geschissenes Taxi kann ja nicht so viel kosten. Naja, ist ja eigentlich auch egal. Es ist natürlich, äh, es ist viel legitimer, ähm, es ist viel legitimer die Konkurrenz, sag ich mal. Ups. Ah ja, hallo. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass es wohl nicht so gut lief. Ah ja, perfekt. Jetzt, äh, kann ich gleich zum, hehehe, äh, kann ich mit dem Taxi, äh, zu einem Taxi fahren. Finde ich gut. War, dass du mir dafür Geld abgeknöpft hast, aller, ich bin dein Boss, Junge. Ja, ja, ist schon gut. Achso, ich habe jetzt keine Waffen mehr. Jetzt muss ich das mit der Uzi machen, ne? Immerhin habe ich überhaupt eine Waffe gekriegt, das ist ja schon mal was. Entschuldigung. Und Waffen können wir uns ja jederzeit wieder organisieren, wir haben ja mehr als genug. So. Arschloch. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, jetzt hast du dich ja in einer nicht so gute... Bist du mich jetzt verarschen? Also geht doch. Wir haben kein Zeitlimit. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal betonen. Weil wir heute diese ganzen Spiele mal so diese unaussprechlich nervigen Zeitlimits haben. Wir haben kein Zeitlimit. Wollte gerade sagen, wir können eigentlich mal die 100 Päckchen zusammen machen, aber wir haben die 100 Päckchen schon längst. Achso, der will mich rammen jetzt. Juhu! Alter, das Geräusch immer, wenn du über die Leute drüber fährst, ey. Upsi. Warum haben wir denn jetzt einen Stern bekommen? Ich kann es mir... Nicht erklären. Yellow Cap. Ist ja nicht wunderschön der Sonnenaufgang. Ja, ja, ist nicht wunderschön. Ich weiß, aber... Hey, das war 2004. Für 2004 sieht das verdammt noch mal gut aus. Das ist immer noch so geil, dass es damals ja noch diesen, sag ich mal, diesen Ladebildschirm zwischen den beiden Maps gab. Also der war auf der Playstation natürlich deutlich länger. Ungefähr fünf Sekunden, also... Zu vernachlässigen. Ich hasse... Ich hasse das Cap. Genau aus dem Grund, weil es so leicht kippt. So, also das heißt, drei Autos von der Konkurrenz ausschalten und wir sind wieder richtig gut dabei. Hier glaube ich, gab es sogar eine Uzi irgendwo. Ja, ich wusste es noch. Stolz auf mich. Das war ein Taxi, die spawnt, oder? Ne, das steht da sogar noch, aber... Ne. Ich möchte das nicht. Hier steht immer ein Banshee. Hier steht echt immer ein Banshee, alter. Ich möchte zum Abschluss der Folge noch zum Autohaus fahren. Oh, mein Officer of the Lost. This is the police. Stop your vehicle now. Ach, komm. Naja, scheiß drauf. Äh, ich überlege gerade, ob ich vor allem mal kurz nach Starfish Island fahre. Ah, wisst ihr was? Das mache ich in der, das mache ich in der Aufnahmepause. Da fahre ich kurz nochmal wegen neuen Sachen hier alles rein. Ich dachte, das hier ist eine zusätzliche Spur. Eine Überholspur. Uh. So. Was haben wir denn alles für Karren, die wir abliefern müssen? An dem Modell haben wir noch kein Interesse. Gut. Ähm, was müssen wir denn alles liefern? So. Sabrel Virgo. Sentinel. Stretch. Damit ist die Stretch-Libousine gemeint. Gott sei Dank steht da immer bei der West City Estate eine. Washington Admiral. Ja, ich glaube, einen Teil davon kann ich tatsächlich schon zur Verfügung stellen. Hier ist zumindest schon mal der Washington. Also die wollen ganz gerne jetzt Limousinen haben. da ist der Stretch, Washington, dann hier der Sentinel, auch eine Limousine. So, auf dich ist Verlass. Ja. So, da ist nichts drin. Hätte ich doch so wenig. Was hatte ich denn hier drin? Ja, da ist doch der Sentinel. Das ist doch schon mal perfekt. Hier steht aber übrigens jetzt nicht, dass man dieses Auto exportiert, oder halt, dass es gesucht wird. Man muss sich das alles hier merken. In GTA San Andreas haben sie es schon wieder für einsteigerfreundlicher gemacht, indem sie, indem sie immer, indem was eingeblendet wurde, wenn man eine Karre quasi abliefern musste. Oh, in grün sieht der auch echt cool aus, der, der Look so. So, hier fährt doch dieser, da ist ein Admiral. Ciao. Ach, da sind gleich zwei. Ja, nehmen wir den hier. Dick, dick, dick. Ja, den Typen da drinnen liefern wir mit ab, der wird dann gleich zu Hackfleisch verarbeitet, dann haben wir da auch noch was verdient. Ah, nein, er konnte fliehen. Sehr schön. Ach, sehr schön, der ist schon der nächste Deluxe. Ja, selber sieht er natürlich einfach am geilsten aus. Muss man ja auch mal neidlos anerkennen. Ja, liebe Freunde, dann holen wir die Stretch noch und dann im nächsten Part geht's dann, würde ich mal sagen, Alter, geht's dann an der West City Estate weiter. Ein paar Meter, die erspare ich euch jetzt noch. Ja, und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ihr schaltet dann im nächsten Mal wieder ein, wenn es dann wieder heißt. Let's play GTA West City. Bis dahin, ciao, liebe Freunde, macht's gut. Ciao. Ciao.